Jetzt nicht? Ich habe mir jetzt erstmal eine schöne Shisha angemacht. Super. Lecker. Ich rauche jetzt erstmal den Capital Bra Safari Tabak. Weil Safari ist lecker. Immer einen wunderschönen Tonkopf. Mit meiner perfekten Emi Deluxe. Also echt ganz schön stark. Aber schmeckt toll. Und jetzt? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Solltet ihr den Channel abonnieren. Und lasst natürlich auch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.